Kannibalismus, Asexualität und Gewalt. Eine Gesellschaft, die zusammengebrochen ist. Was geht hier vor sich? 1972 beschrieb John B. Calhoun die Anforderungen an eine utopische Welt für Mäuse, in einem Labor gebaut. Jeder Aspekt im Universum 25, wie dieses spezielle Modell genannt wurde, war so gestaltet, dass es zum Wohlbefinden seiner Nagetierbewohner beitrug, ihre Lebenserwartung erhöhte und es ihnen ermöglichte, sich zu paaren. Es gab jede Menge Nahrung, Wasser und Nistmaterial. Das Universum wurde regelmäßig gereinigt. Es gab keine Raubtiere, die Temperatur war stabil. Ein Paradies? Oder vielleicht doch nicht? Vier Mäusepaare ohne Erkrankungen, ausgewählt aus der Elite-Zuchtkolonie der National Institutes of Health, zogen am ersten Tag ein. Es dauerte Monate, bis sich die Nager mit ihrer neuen Welt vertraut gemacht hatten. Dann begannen sie sich zu vermehren und die Population wuchs exponentiell an und verdoppelte sich alle 55 Tage. Das waren die guten Zeiten im Paradies. Nach dem 315. Tag lebten mehr als 600 Mäuse im Universum 25, hatten engen Kontakt zueinander, wenn sie die Treppen hinauf und hinunter gingen, um zu essen, zu trinken und zu schlafen. Das Bevölkerungswachstum verlangsamte sich. Die Jungen wurden in eine Welt hineingeboren, in der es viel mehr Mäuse als sinnvolle soziale Rollen gab. Die Männchen hatten viele Konkurrenten, gegen die sie ihr Revier verteidigen mussten. Viele fanden das so anstrengend, dass sie aufgaben. Der normale Diskurs innerhalb der Gemeinschaft brach zusammen und damit auch die Fähigkeit der Mäuse, soziale Bindungen einzugehen. Einzelne Weibchen zogen sich in isolierte Nistkästen in den oberen Stockwerken zurück. Andere Männchen, eine Gruppe, die Calhoun als die Schönen bezeichnete, suchten nie nach Sex und kämpften nie. Sie aßen, schliefen und pflegten sich, eingehüllt in narzisstische Selbstbeobachtung. Anderswo wurden Kannibalismus, Asexualität und Gewalt alltäglich. Die Mäusegesellschaft war zusammengebrochen. Am Tag 560 erreichte die Population mit 2200 Mäusen ihren Höhepunkt. Einige wenige überlebten ab dem 600. Tag die Säuglingszeit. Danach gab es nur noch wenige Schwangerschaften und keine überlebenden Jungen mehr. Da die Population aufgehört hatte, sich zu regenerieren, war ihr Weg zum Aussterben eindeutig. Die Mäuse hatten die Fähigkeit verloren, ihre Population wieder aufzubauen. Viele, die noch schwanger werden konnten, wie die Schönen und ihre zurückgezogen lebenden weiblichen Gegenstücke, hatten die soziale Fähigkeit dazu verloren. Am Tag 920 fand die letzte Zeugung statt. Die letzte Maus starb am 23. Mai 1973. 4 Jahre und 10 Monate nach der Ansiedlung. Calhoun sagte später, dass die Kreaturen zwei Tode gestorben seien. Der erste war der ihres Geistes und ihrer Gesellschaft. Der zweite Tod war der ihres physischen Körpers. Es war nicht das erste Mal, dass der Ethologe eine Welt für Nagetiere schuf. Calhoun hatte seit den 1940er Jahren utopische Umgebungen für Ratten und Mäuse geschaffen, mit den gleichen Ergebnissen. Überbevölkerung führt zu explosiver Gewalt und hypersexueller Aktivität, gefolgt von Asexualität, Selbstzerstörung und Aussterben. In seinem viel zitierten Aufsatz Population Density and Social Pathology Sobald die Zahl der Individuen, die in der Lage sind, soziale Rollen auszufüllen, die Anzahl dieser Rollen bei weitem übersteigt, kann es nur noch zu Gewalt und Störungen kommen, ganz gleich, wie hoch entwickelt wir sind. Er verwies dann auf ein Phänomen, das er Behavioral Sync, Verhaltenssenke, nannte. Verhaltenssenke ist unser Wunsch, in der Gegenwart anderer zu sein, konditioniert zu sein, die Nähe anderer zu suchen und von der Menge angezogen zu werden, trotz der Konflikte, die dies hervorrufen kann. Auf der Grundlage von Calhouns populärer Forschung begannen Sozialwissenschaftler, Fortpflanzungsbeschränkungen als einzig mögliche Antwort auf die steigende Weltbevölkerung zu fordern. Calhoun selbst war optimistischer, was unsere Zukunft betraf. Er argumentierte, da unser physischer Raum schrumpft, sind wir gezwungen, einen konzeptionellen Raum zu erweitern, unser Netzwerk von Ideen und Technologien. Später in seiner Karriere wandte er sich möglichen Lösungen zu und begann, kreative Universen zu schaffen, die die negativen Auswirkungen der Überbevölkerung minimieren. Was denkst du? Ist die Überbevölkerung eine Gefahr für die Menschheit oder betrifft sie nur Nagetiere? Und wenn ja, was kann die menschliche Psyche retten? Den Blickkontakt an überfüllten Orten zu vermeiden, ist eine Strategie. Aber reicht das aus? Wenn du mehr über das Universum 25 und seine kulturellen Auswirkungen erfahren möchtest, lies den Artikel von Edmund Ramston und John Adams. Einen Link findest du in der Beschreibung unten. Dieses Video wurde von Blinkist gesponsert. Entdecke mit der Blinkist-App das Wichtigste aus über 5000 Sachbüchern zum Lesen und Anhören in nur 15 Minuten. Ein Blink, auf den wir kürzlich gestoßen sind, ist das Buch Generation beziehungsunfähig von Michael Nast. Der Autor geht der Frage nach, warum immer mehr Menschen in urbanen Szenebezirken immer später Kinder bekommen. Und warum so viele trotz digitaler Partnervermittlungsbörsen einfach kein dauerhaftes Liebesglück finden. Wo steckt das Problem in unsere Beziehungsunfähigkeit? Wenn du mehr über dieses Buch erfahren möchtest, aber wenig Zeit hast, schau dir Blinkist an. Gut zu wissen! Mit Blinkist Spaces können Premium-Abonnenten auch Freunden auf gewählte Titel Zugriff geben. Erhalte 25% Rabatt auf Blinkist Premium und genieße zwei Mitgliedschaften zum Preis von einer. Klick auf den Link in der Infobox und starte eine kostenlose 7-Tage-Testversion. Klick auf den Link in der Infobox und starte eine kostenlose 7-Tage-Testversion.